Rechte und Rollen in Sync One. Was bedeutet das? Man kann einzelnen Gruppen, zum Beispiel den Projektleitern, den Einkäufern, verschiedene Rechte und Rollen geben. Man kann sagen, der Franges-Partner darf im Chat lesen und schreiben, die anderen auch, aber zum Beispiel in seiner Gruppe kann er News gestalten, kann sich an die anderen schicken, die anderen können nicht darauf antworten, sondern nur lesen. Und so kann man im ganzen System ganz einfach festlegen, wer darf was und wer sieht was.